Im britischen Unterhaus wird es zunehmend ungemütlicher für das Kabinett um Premierministerin Theresa May. Der Rücktritt der Ministerin für Beziehungen zum Unterhaus Andrea Letzem am Mittwoch ist für May und den Brexit-Prozess insgesamt weniger hilfreich. Letzem gilt als klarer Brexit-Befürworter. In den letzten drei Jahren habe ich den Brexit unterstützt. Als Ministerin für Beziehungen zum Unterhaus bin ich jedoch auch für die Gesetzgebung verantwortlich und ich kann nicht morgen etwas ankündigen, von dem ich nicht vollständig überzeugt bin. Ein harter Tag auch für die Premierministerin, der nichts anderes übrig blieb als Letzems Rücktritt zu akzeptieren. Viel Gegenwind für Theresa May. Entweder von ihren üblichen Gegnern. Diese Regierung ist zu schwach und zu gespalten, um das Land vom Chaos zu befreien. Ich bin mir sicher, dass keiner sich von dem täuschen lässt, was die Premierministerin vorschlägt. Oder von den Abgeordneten ihrer eigenen Partei, die zunehmend unzufrieden mit ihren Entscheidungen sind. Was sagt die Premierministerin zu den Bürgern Großbritanniens, die der Meinung sind, die Regierung hätte ihr Versprechen halten sollen, die EU am 29. März zu verlassen? Aber May blieb standhaft, trotz harter Kritik. Ich habe meine Meinung zu einem zweiten Referendum nicht geändert. Ich finde, wir sollten hierzu auch das Ergebnis des ersten Referendums mit einbeziehen. Vor knapp drei Jahren stimmte Großbritannien für den Austritt aus der Europäischen Union. Es ist jedoch immer noch nicht klar, wann, wie und ob der Brexit tatsächlich stattfinden wird.